So, dann wollen wir doch mal gucken, wie das jetzt hier läuft. Zwei Minuten haben wir und dann geht die Action los. Wen habe ich heute noch nicht begrüßt? Wer möchte in die Geschichte dieses Livestreams eingehen? Wen soll ich hier namentlich begrüßen? Einzelnen Chat. Wer traut sich? Muss ich kurz rauszappen, um einzelnen Chat zu schreiben. So, ich muss erstmal bei TikTok ein Puzzle lösen, weil mein Stream inaktiv ist angeblich. So, ist gelöst. Cookies Elite, Aschera, Fireblade, Finn, Maklia, Varinox, Ingo, Philipp, Ghetto Klaus, Lux, Huma, Parik, Bella. Dirk, Uli, Andi, Chris, Scheidi. Entschuldige, DJ Scheidi, aber dein Name muss ich ein bisschen lachen. Ich bin eben ein kleiner Kindskopf. Ähm, Viktor, Axel, Alex, grüße euch alle, schön, dass ihr da seid. Heute ist der 27. Streamtag von 30. Ich bin jetzt seit 27 Tagen jeden Abend 19 Uhr live gewesen. Ich glaube, wir haben in der Challenge jetzt schon über 130 Stunden live gestreamt. Müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 130 Stunden. Wahnsinn. Und viele von euch begleiten mich seit Tag 1. Liebe geht raus. Und Banshee, Hallöchen. Welche Hobbys hast du sonst noch? Ich höre gern Musik. Ich, ähm, verbringe gern Zeit mit meinem Rudel. Mit Frauchen, mit Sohnemann. Mit meinen zwei Hundis. Ich bin gern im Garten unterwegs. Ich mach gern Gartenarbeit. Technik interessiert mich. Manchmal singe ich auch lachend ein paar Songs mit. Oh. Und du so? Das ist mega, ne? Salut, Rekrut, General Ricky tritt an. Auf dem Feuer der Schlacht oder im Donner der Nacht. Ja. Wir rennen ja auch den ganzen Tag summt durch die Gegend. Wir haben große Pläne. Ich brauche das unbedingt, damit du wieder lässt die ganze Terranne. Schicke ich dir, krieg mal hin. Wir haben große Pläne. Wollt ihr, dass unser Soundtrack auf Spotify hochgeladen wird? Eins in den Chat. Oder auf YouTube würde auch gehen. Wollt ihr, ich fahre immer schon mit. Ich habe eindeutig zu viel Bulldozer. Ich krieg nicht alle gleichzeitig zu selbst. Soll ich denn sagen, guck mal meine ganze Base an. Da stehen nur Bullies. Lasst uns bauen. So, jetzt geht's los hier oben rechts. Oh, diesmal mit Lasertürmen. Sehr schön. Okay, dann fahre ich direkt mal hoch. Ich supporte da oben. Ich mache mit. Warte, ein bisschen laggy. Warum? Ja, ein bisschen. Jetzt setzt ein epischer Soundtrack ein. Cool, Andi. Vielen, vielen Dank für dein Follower auf TikTok. Dankeschön für den Support. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal auf mein TikTok-Profil. Hau ich jeden Tag einen richtig geilen Clip für euch raus. Danke an jeden Einzelnen, der da Herzen da lässt, der sich die Videos speichert, der die teilt, der die kommentiert. Absolut grandioser Support von euch. Wenn ihr wisst, ich möchte das Echtzeit-Strategie-Genre wieder richtig groß machen. Ich möchte den Entwicklern zeigen, dass dieses Genre hier, dieses fast vergessene RTS-Genre, dass dieses eine bombastische, mega geile, sympathische, aktive Community hat, die brennt auf neuen Nachschub. Und jeder Einzelne, der hier einen Follow da lässt, der hier eine Minute zuschaut am Abend, der supportet dieses große Ganze. Und ich sage euch eins, das wird richtig gigantisch, was wir hier aufziehen. So viel verspreche ich euch. Und ich werde mich richtig dafür einsetzen, dass das Echtzeit-Strategie-Genre wieder zum Leben erweckt wird und dass da Nachschub kommt von den Entwicklern. Sei es egal welches Studio, ich werde Kontakte knüpfen, ich werde Connections machen und ich werde den Menschen dort zeigen, den Entwicklern, dass es hier wirklich richtig abgeht in den Livestreams. Dass ihr sowas von Bock drauf habt, was die bisher noch nicht so erlebt haben. Wie heißt das Spiel? Command & Conquer Generals Zero Hour. Warum leckt denn das jetzt so? Weil hier irgendjemand bei Lasern ist. Wenn das bei Lasern ist, ist das hier zu decken, weil das zu viel ist. Nicht hingucken oben, nicht beim Kampf bitte hingucken. Einfach euer Lager aufbauen, nicht hier oben angucken, genau. Und schon ist es flüssig. Ja, ja, aber ich muss ja da bauen. Ist doch egal. Bauen woanders. Bauen woanders. Der Kreis ist groß genug. Einheit verloren. Ja, ich kann den gucken. Oh, so teilweise. Teilweise. So. Ich muss mal die Partikelkanone... Oh, Energie. Energie, Energie, Energie. Einheit verloren. Jetzt kommt unsere Siegeshymne. Ja, nehme ich jetzt alles ein. Komm, baut mal Kraftwerke hier. Macht mal hinne. Hier kommt er dann gleich, dieser sneaky Angriff. Nochmal befördert. Das ist normal, wenn die bei dir vorbeilaufen. Ja, direkt zweifach, dreifach. Wie geht der noch weiter? So. Sehr schön. Wir genießen unsere Hymne. Oben baue ich auch ein paar Gettlings mit hin. Jawohl, nehmt die raus. Die German Kells. Guckt mal, einer nach dem nächsten springt hier weg. Macht eine Pirouette für uns. Zu unserer schönen Hymne. Klasse. Ein paar kommen durch. Sehr gut. Da kommt der nächste wilde Angriff. Und fasern. Das sah gut aus. Schön. Das ist schon übertrieben. Beruhigt euch, Jungs. Alles gut. Alles abgewehrt. Ich glaube, hier hinten stehen die wirklich ganz gut. Was ist denn das für ein Modus? Manolo, das ist eine AOD-Map. Das ist quasi eine Spezialkarte. Hier kommen verschiedene Gegnerwellen, die wir abwehren müssen. Einheit verloren. Wie die hier zum Beispiel. Diese eine Milliarde Helix. Die muss man jetzt runterholen. Aber zwar ganz schnell. Ja, unsere Gettlings. Super, 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 super. Sie wurden befördert. Komm schon, wehrt sie ab. Boah, die Vorrunde hat gar nicht geleckt. Was ist denn jetzt los? Ja, jetzt leckt es total, ne? Hm. Ja, weil ich hier mit drin bin. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Baut jetzt jemand anders an der Front oben rechts wie vorhin's? Ja, ich hatte vorher die... China hatte ich vorher, die Gettlings. Okay. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das... Wenn du weggehst, dann läuft's flüssig? Ja. Dann liegt's an den Lasern. Okay. Ich mag ja die Lasern nicht. Oh, die Avengers, die sind so gut. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Wave 7. My worst army to play is stealth, General. Okay. Jetzt kommt der Schleicherangriff. Jetzt wird mal angegriffen. Einheit verloren. Jetzt kommen sie unten rechts bei mir. Jetzt muss ich die wieder abwehren. Ein feindlicher Kommandobot wurde geordnet. Erst mal EMP-Granate rein. Und zack. Deaktiviert. Ah, die kriegen wir abgewehrt. Kein Problem. Wo sind meine Hackerinos? War gar keine gebaut, ne? Das ist sinnvoll. Das ist sinnvoll. Einheit verloren. Ah, easy abgewehrt. Sehr gut. Denno, einen wunderschönen, du Legende. Grüß dich. Hi. Moin. Ja, da muss der Laserwaffengeneral hier ganz schön Lex verursachen. Hm. Das ist komisch, ne? Haben wir eigentlich gar nicht vorgestellt, dass das an dem General liegt. Einheit verloren. Eigentlich auch nicht. Guckt euch das mal an die Avengers. Jetzt holen wir 100.000 King Raptor vom Himmel. Aber die Faustmaus sind natürlich böse. Zeit für eine Lasershow. Oh, Mann. Oh, oh, oh. Das ist aber uncool. Die drehen jetzt ab, ne? Die kommen hoch. Das ist aber sehr uncool. Na, die kommen jetzt hoch. Ne, ne, ne. Ich verteidige. Ich bin damit mein Gatling. Ich denke mal, die werden einfach nur durchlaufen. Ne, die schießen. Die Faustmaus, die kriegen wir. Die King Raptor holen wir sowieso vom Himmel. Gar kein Problem. Sehr gut. Abgewehrt. Easy. So, und jetzt holen wir die Raptor vom Himmel. Guck doch mal, sieht doch gut aus. Sehr gut. Er kommt hier durch. Oh. Aber Buggy ist aber auch kein Problem. Solide Abwehr. Kriegen die da ständig eine Reparatur, ne? Hier. Kevin, danke fürs Teilen des Livestreams. Vielen, vielen Dank. Auch für die ganzen Likes. Drugleon, dankeschön für dein Follow. Kannst mir mal sagen, von welchem Game du redest, Finn. Also wir haben ja sowieso in Zukunft noch sehr, sehr viel geplant. Wir haben große Pläne. Lasst uns bauen. Gute Entscheidung. Ich baue für China. Wir werden in Wohlstand. Unsere Partikelkanone ist bereit, General. So, hier kommt er erstmal hoch. Ich habe jede Menge Munition. Hier oben verstärken wir jetzt. Natürlich. Wir werden in Wohlstand leben. Ein paar Gatling-Panzer. Und noch mehr Gatling-Panzer. Rohre poliert und geschmiert. Ich habe jede Menge Munition. Ich habe jede Menge Munition. Na und bei der Welle ist er vorhin abgestürzt. Sind wir jetzt schon mal durch. Das beruhigt mich. Wisst ihr, was noch lustig aussehen würde? Hier eine Partikelkanone rein. Unsere Partikelkanone wurde aktiviert. Ich meine Base kaputt. Jawohl, so muss es aussehen. Schön freischälern. Jawohl. Glatt rasieren. Hey, da kommen aber noch welche durch. Mega. Das ist aber nicht schlimm. Die kommen nicht weit. Und küsst den Boden. Herrlich. Okay. Do you know, Rack-China-SCM-Tanks don't auto-disable. Gucken wir mal. Schauen wir hier in meine Artillerie rein. Mein Bombenteppich. Jetzt kommen die verrückten Drohnen. Unser Verbündeter hat eine Atomrakete gezündet. Atomrakete. Das gucke ich mir an. Komm, hau mal rein da. Achtung. Und. Der Ghostie ist schon so ein kleiner Übertreiber, ne? Oh, da kommt mein Artillerieschlag. Sehr gut. Mega. Ich weiß leider gar nicht, Miche, wie diese Map heißt. Müssen wir nach der Runde mal schauen. China war sehr großzügig. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich übertreibe doch nicht. Ich baue in dir. Ich habe jede Menge Munition. Holen wir ein paar hohe Sposten raus. Aber sicher. Wir haben große Pläne. Lasst uns bauen. Ein sehr guter Plan, Genoss General. Prima, große Zähne. Wir haben große Pläne. Zur Not kommt hier noch ein Bunker hin. Wenn wieder so ein Schleichangriff kommt. Machen wir dann auch gleich mal voll. Und vor allen Dingen brauchen wir noch ein Propaganda-Zentrählchen. Jawoll. Ringt sie nieder. Los geht's. Sowas will ich gar nicht lesen, Düsi. Das ist übrigens auch Schwachsinn. Hier ist nix mit zusätzlichen Effekten gerade. Und was hat der denn da Schönes? Aha. Und? Oh, die ist schwer. Die ist schwer. Oh. So, jetzt haben wir da oben wieder ein schönes Leckfest. Lasst eure Zunge schnalzen. Jetzt solltest. Jeden, den interessiert, wie 5 FPS aussehen. Hier finden wir es heraus. Ja, aber dann schon läuft es wieder flüssig. Jetzt guckst du weg, ja? Ja. Es ist so bekloppt, dass das... Aber du hast doch einen guten Rechner, oder Basti? Am Rechner liegt es nicht, ne? Der macht das doch spielend hier, oder? Eigentlich. Zehn Jahre alt, 15 Jahre altes Spiel, also normal. Ja, genau, deswegen. Der hat so bis zwei Jahre altes Spiel. Ja. Ja, absolut. Ich hätte keine Lust, die Mitte zu verteidigen? Den Strich? Hab ich doch. Reicht das nicht? Achso, ihr habt vorne aufgezogen. Vorsicht. Lasst euch nicht rausballern. Ich hab's mal vollgesetzt. Na, die wären frech. Ja, die wären aber richtig frech. Meine komplette... Die Seleks gab's damals schon. Ja, ist schade, ne? Sehr, sehr schade. Oh, was kommt denn hier? Eine Milliarde Mix kommen hier jetzt angerauscht. Die holen wir alle runter, gnadenlos. Manolo, vielen, vielen Dank für 10 Rosen. Danke fürs Teamherz. Vegita, vielen, vielen Dank für das Teamherz. Ingo, vielen Dank für die Rosen. Danke für jeglichen Support auf TikTok. Danke euch vom Herzen. Und hier kommen die Comanjis. Sehr schön. Geht nicht anders raus. Mal bitte wieder weggucken, Basti. Ich sehe keinen Weg, wenn ich gucke. Ja, danke, danke. Ich hab einfach von der Angst, Basti. Läuft besser. Ich hab die ganze Rückblick geschaut, aber jetzt kam der auch nicht ganz. Oder musst du dein Monitor, dein Laptop zu, äh, zumachen. Einmal zuklappen bitte, drei Minuten lang. Oh, vier Mix kommen hier durch. Äh, Leute? Ah, jetzt kommen sie zu mir. Ah, kommt her. Kommt her. Kommt her. Ich bin bereit. Nee, 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 nee. Joki, grüß dich. Das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Und Tribunator. Herzlich willkommen. Ja, das ist ein blöder Fehler, ne? Mit den Sync-Errors. Das stimmt. Ich hab jetzt mal so die Videos der letzten, äh, Wochen gesichtet. Und wir haben eigentlich viele 3 gegen 3 Matches auch gemacht, die gut liefen, ne? Oder 2 gegen 6 oder 3 gegen 4. Wir haben schon wilde, wilde Kombinations hier gemacht, die auch gut funktioniert haben. Also ich würde das nicht pauschalisieren. Und ich hab bisher noch keinen getroffen, der sagt, yo, deswegen kommt dieser Fehler. Keiner weiß das zu 100%. Auch gut, bei uns hier oben sind es wie schon das letzte Nachschublager am Zahn. Unsere Partikelkanone wurde aktiviert. Und durchphasern. Einheit verloren wird. Richtig glaub ich auch, dass man Nachschublager sieht gerade. Richtig glaub ich auch, dass man Nachschublager sieht gerade. Bei uns ist alles fit, Jokey. Wie sieht's bei dir aus? Heute ein Schlafrhythmus ein bisschen gefixt. Manri, grüß dich. Hallo, herzlich willkommen im Stream. Wir spielen über unser Redman-VPN-Netzwerk. Zugangsdaten findest du in unserem Discord. Hier oben kommen Avenger, ein kleiner Held. Er hält viel aus. Sehr gut. Kommt, Bombenteppich hier rein. Let's go, Baby. Und Minen. Einheit verloren. Sehr schön. Die Artillerie macht ihre Arbeit gut. Oh, komm, mein Teppich. Rollt hinaus. Den Bombenteppich. Jewe, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Da kommt er noch ein bisschen zu spät, Brudy. You are too late, too late, too late. Wo kann ich das mit den Wellen spielen? Heiß, das ist ein Mappack. Kannst du dir auch bei uns auf dem Discord runterladen. Der Display hat mehrere Mappacks hochgeladen. Das ist das AOD-Mappack. Ich werde das in den nächsten Tagen alles noch mal ein bisschen sortieren. Alles noch mal ein bisschen optimieren. Oh, der Flammpanzer kommt durch. Ja. Das ist jetzt schlecht. Haben wir ein bisschen spät gesehen. Er wird jetzt rausfahren. GG. Das war's. Ich denke, man dreht jetzt ab und fliegt ein Pferd noch mal durch die Mitte, oder nicht? Ja. Alle in die Mitte. Alle in die Mitte. Wir müssen den Flammpanzer abwehren. Ach, du Schande. Was kommt denn jetzt? Heiliger Bimbino. Jetzt geht's richtig ab hier. What the hell? Das sind ja eine Milliarde Warzenschweine. Oh my God. Wie soll man das abwehren? Jawohl, die Overloads rausnehmen. Sehr gut. Und jetzt jetzt den Flammpanzer. Der Flammpanzer. Ich markiere ihn. Signal platziert. Ich muss mal rausnehmen. Ja, der wird nicht so weit kommen. sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mach Damage, Damage, Damage. Es ist er rot. Unser Verbündeter hat seine Partikelkanone aktiviert. Tötet er es, bevor es Eier legt. Schnell. Mein Rotgardisten, komm, die müssen ballern. Komm, schießt ihn direkt ins Rohr rein. Jawohl, Headshot. Voll ins Knie. Gut gemacht. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Oh, 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 oh. Das ist ein bisschen was, ja? Okay. Schnell. Müssen sie abwehren. Hier läuft gar nichts gut, Ghostie. Die kommen durch, die kommen durch. Ach, du Schande. Okay, geht links. Anvisieren und Feuer. Los geht's. Lasst die Läufe glühen. Ich hab zwei Bunker verloren. Und ich weiß nicht, warum. Durch die Flugzeuge. Die Raketen sitzen. Weil die da drauf gestürzt sind, oder was? Yep. Oh, oh. Die krieg ich nicht alle runter. Nee. Nee, die krieg ich nicht alle runter. Die kommen durch. Die kommen durch. Alle in der Mitte. Wir müssen in der Mitte verteidigen. Alle Avengers in die Mitte. Die kommen durch. Es sind zu viele. Zu viele als Zehen. Jetzt müssen wir die Mitte dicht machen. Aber ganz, ganz schnell. Da kommen sie. Wenn die durchkommen, dann ist G, G. Da haben wir verloren. Dann ist der Drops gelutscht. Ballert, 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 ballert. Alle eure Einheiten in die Mitte. Kommt schon. Wir ziehen ab. Schleicherangriff. Der nächste Angriff kommt unten rechts bei mir. Oh, die flippen komplett aus jetzt. Die kommen durch. Die kommen durch. Nein, ich hab doch da auch noch jede Verteidigung stehen. Nö, die kommt trotzdem durch. Wehrt sie ab. Wehrt sie ab. Schnell, 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 schnell. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir sind gescheitert. Wir sind gescheitert. Das war zu viel. Verloren. Geh, geh, geh. Geh, geh. Aber theoretisch müsste hier der Superwaffengeneral richtig geil sein. Wenn du am Ende den Superwaffengeneral hast, geh, geh, Jungs. Geh, geh, geh.